jeder der die letzten jahre überlebt hat nein nein viel besser es wird viel besser glauben sie mir verdammte scheiße kann ich doch nicht wissen dass irgendein idiot da ist irgendein idiot eine leiter eine treppe links haben wir jetzt sprechen sie ja nehmen sie doch mal die waffe runter was soll ich bin wissenschaftler wie soll ich sie denn hier sind verdammter massenmörder die ganze welt zerstört hat nein nein ich bin mann der wissenschaft da fassen sie den lieber nicht an das ist mein schatz das ist mein patient x das ist das ist das weswegen wir hier sind aber keine sorge ohne mich ohne mich bringt ihnen dieser junge mann nichts was für ein finales produkt doktor reden sie mal hochdeutsch 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 wissenschaft das ist die einzige sprache die zählt verdammte scheiße verstehen sie es nicht was hat es mit dem kern auf sich es geht um eine neue weltordnung es geht um das überlebens stärkeren und das bin ich das könnten sie sein das hätten sie sein können das bin ich ich stehe vor ihnen mit einer waffe ich muss nur einmal drücken und sie sind der schwächere erzählen sie mir erst mal was hat es mit diesem patienten auf sich wie finden wir ein heilmittel er trägt das virus in sich das alpha serum das alpha und das omega er ist der grund warum das hier alles geschehen ist er ist das finale produkt stellen sie sich vor eine welt in der die zombies diese höhenlosen viecher uns gehorchen eine welt in eine welt ohne wäre noch viel besser nein eine welt in der die fleisch fleischlich schwachen durch die starken durch die willentlich starken kontrolliert werden verdammt und das hier ist der schlüssel zu allem wissen sie noch ist es nicht zu spät sie können sich mehr anschließen wie wärs mit sie arbeiten an einem heilmittel und ich überlege es mir ob sie vielleicht den nächsten tag noch sehen ein heilmittel ja das ist das heilmittel verstehen sie das denn nicht das ist das heilmittel um alles zu lösen ich will menschliche nur die starken überleben ich will hier keine untoten durch die gegend wandern sehen ich will ein heilmittel dass die infektion sich nicht mehr ausbreitet meinetwegen sollen die leute draufgehen aber dann nicht zu einem infizierten werden aber dann ist ihm bewusst dass sie mich nicht umbringen können was sie am leben zu lassen würde das ganze wahrscheinlich einfach nur ein bisschen beschleunigen meinen sie ja na gut dann schießen sie doch also wären sie in der lage dazu ein heilmittel zu erstellen selbstverständlich bin ich dass ich habe dieses virus erschaffen und dafür brauchen sie diesen kerl hier der da liegt ihn hier dieses bein diesen oberkörper und das gehören das ist alles was ich brauche und natürlich mein mp3 player was machen sie damit was ich damit mache das ist ganz einfach nicht mit dem radio wie sie das heilmittel herstellen wollen das erkläre ich ihnen jetzt sehen sie dieses gehört ja haben sie ruhig näher erklären ein wenig ja ich bin nah genug dran erklären sie also aus diesem gehirn da kommt die willenskraft die willenskraft die willenskraft die diese biester haben die die laufen weiter obwohl sie auf die schießen glauben sie das nein das ist unmenschlich daher kommt das dieser torso alle organe in diesem torso durch den virus werden sie verbessert die menschen diese lebewesen werden stärker und das bein wissen sie warum ich das brauche das ist dazu da um sie schneller zu machen die menschen jetzt normal zu machen aber möchten sie das wirklich ja das ist tragisch tja das arsch noch wollte doch der doktor hier bei im camp haben oder mit dem carrier dachten sie wahrscheinlich sie können wir noch die gelegenheit nehmen sie umzubringen verdammtes arschloch das ist für all die die wir verloren haben für wie hieß er noch der mit dem g genau der da ja das ist aber auch der, dass kommt die dann 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 Bis zum nächsten Mal.